MACHT STAUB AUS IHNEN! Ihr habt ihn mit einem Schlag getötet. Als ich euch sah, wusste ich, ihr könnt Hoffnung in diese Welt bringen. Ihr seid John Carter vom Planeten Erde? Ja, Ma'am. Was ist dir geschehen? Eine neue Macht droht unsere Stadt zu zerstören. Das ist kein fairer Kampf. Ihr seid hässlich, aber ihr seid wunderbar. Er wird für uns kämpfen! Steigt auf. Wir haben es nicht begonnen! Aber noch heute Nacht werden wir es beenden! Damals kam ich zu spät, diesmal nicht. Klaaah! Wir haben heute ein paar Klaavenir, Webinarium, Ich räfles denominaum der Welt. Ihr seid die Möglichkeit. Dok питat